Wir begeben uns nun auf eine gemeinsame Entspannungsreise. Setze oder lege dich entspannt hin und lass all deine Spannung aus deinem Körper. Atme tief und ruhig ein, noch tiefer. Ja, so ist es gut. Entspanne dich. Kannst du dich entspannen mit der Neukassette? Ja, Mutter! Freut mich, gleich gibt's Essen, gell? Ja!